Kaki Ippetakus und meine Chibab-Chichi-Freunde, ich bin mein Chibab-Chichi Und vor allen Dingen ein großes herzlich willkommen an meine neuen Abonnenten Durch mein letztes Cover habe ich knapp um die 200 neue Abonnenten zubekommen Ihr wisst echt nicht worauf ihr euch hier eingelassen habt Überlegt euch das doch mal genau, denn hier wird ihr regelmäßig immer wieder abgeschleckt Und ja, wir sind gerade auf dem Weg nach Köln zu Gamescom Was läuft bei euch so gerade? Ich habe gerade Urlaub, voll fresh, eigentlich wie immer wieder Vollzeit Animes zu schauen Ich habe Death Parade zu Ende geguckt, ich habe die zweite Staffel von Tokio Ghoul fast schon durch Dann habe ich Terror und Tokio auch noch geguckt, Gens zu Ende geguckt, unglaublich Und schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Anime ihr zurzeit guckt Und ja, wir haben ja ein Elektroauto und ja, Pikachu fällt natürlich wieder bei uns Pikachu, warum setzt du nicht eigentlich wieder deinen Donnerblitz ein? Los, Pikachu! Pikachu! In Köln angekommen, Freunde Das war ein unglaublicher Donnerblitz, ich sage es euch Ja, und dann sind wir uns morgen auf der Messe Ja, Leute Nun am Samstag hier am Start Den Freitag haben wir richtig geil überstanden Wir waren richtig geil koreanisch essen Und jetzt werden wir gleich schauen, was es auf der besten Messe der ganzen Welt gibt Und ich persönlich freue mich richtig auf Fallout 4 Schreibt mir doch mal in die Kommentare, auf welches Spiel ihr euch freut Was ist euer Lieblingsgame oder was wird demnächst rauskommen Vermutlich von der Fantasy XV, oder? Ja, ihr kleine Schlingel So, meine Gamescom-Freunde Wir sind gerade drin Wie gefällt euch übrigens mal ein richtig geiles Shirt Richtig cool, oder? Hahaha Kuschze Susi Ah ARD Text im Auftrag von Funk 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 Und hier gelangt ihr zu meinem letzten Video Schaut auf jeden Fall mal vorbei Checkt auch mal meinen Social Media Kram ab Instagram, Twitter, Facebook Ich schreib euch die Links in die Beschreibung rein Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk